In diesem Video wird die Umsetzung des Leitfadens für den Einsatz von Spielen in der Vorlesung beispielhaft am Hörsaal-Spiel Speed Dating erklärt. Das Spiel wurde nach einer Idee von Melanie Haug auf der Grundlage der Ergebnisse von fünf schriftlichen Befragungen mit mehr als 600 Studierenden sowie 17 Experteninterviews mit Dozierenden und Studierenden verschiedener Hochschulen entwickelt. Es ist für Fächer geeignet, in denen Diskussionen initiiert werden sollen. Mit dem Hörsaal-Spiel Speed Dating sollen Argumente und Ideen für anschließende Pro- und Kontradiskussionen gesammelt werden. Außerdem sollen mit dem Spiel Interaktion und Zusammenarbeit zwischen den Studierenden gefördert werden. Die folgende Vorgehensweise orientiert sich am Leitfaden für den Einsatz von Spielen in der Vorlesung. Stellen Sie zuerst den thematischen Bezug zwischen Vorlesung und Spiel her, indem Sie sich ein fachliches Thema mit Diskussionspotenzial überlegen. Das Hörsaal-Spiel erfüllt die didaktischen Funktionen Einführung in das Vorlesungsthema, Motivation, Festigung und Kontrolle. Das Spiel kann deshalb variabel im zeitlichen Verlauf der Vorlesung eingesetzt werden. Das Hörsaal-Spiel Speed Dating ist im Genre Rollenspiel zuzuordnen und wird in der Sozialform Gruppenspiel durchgeführt. Sie benötigen lediglich Stoppuhr und Klingel und die Studierenden Zettel und Stift. Bereiten Sie mindestens zwei Beispiele mit Ideen oder Argumenten vor. Mit der Vergabe einzelner Rollen an die Studierenden schaffen Sie Möglichkeiten zur aktiven Mitarbeit. Das Hörsaal-Spiel enthält die Elemente Zufall und Bewegung. Leiten Sie nahtlos von der Vorlesung zum Spiel über, indem Sie das aktuelle Thema an das Whiteboard projizieren oder an der Tafel notieren und die Aufgabenstellung erklären. Lassen Sie außerdem die Notwendigkeit von Argumentationen von den Studierenden diskutieren. Fordern Sie jetzt die Studierenden auf, Paare zu bilden und innerhalb von drei Minuten möglichst viele positive Argumente auf einem Zettel zu notieren. Gehen Sie währenddessen durch den Hörsaal und loben Sie besonders gelungene Ergebnisse. Beenden Sie die Aufgabe mit einem akustischen Signal und lassen Sie die Zettel auf einer Seite der Reihen einsammeln. Bitten Sie die Überbringer, die schriftlichen Ergebnisse auf die Tafel zu übertragen. Die Studierenden rutschen inzwischen einen Platz weiter, bilden neue Paare und notieren möglichst viele negative Argumente. Beenden Sie nach drei Minuten die Aufgabe mit einem akustischen Signal und wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf mit weiteren Aufgabenstellungen. Teilen Sie bei Interesse an Feedback in der Nachspielphase den Kurzfragebogen aus dem Leitfaden an die Studierenden aus. Leiten Sie nahtlos zur Vorlesung über, indem Sie zum Beispiel eine Aufgabe aus dem Hörsaalspiel aufgreifen und als Diskussionsanlass für die Fortsetzung der Vorlesung verwenden. Notieren Sie möglichst gleich nach der Vorlesung Ihre Wahrnehmung während des Spiels und was Ihnen am Spiel oder an der Situation im Hörsaal gut bzw. gar nicht gefallen hat. Lassen Sie bei Interesse den Kurzfragebogen auswerten und sprechen Sie über die Ergebnisse, zum Beispiel mit mir. Nehmen Sie gegebenenfalls Änderungen vor und überlegen Sie, welches Spiel Sie in einer der nächsten Vorlesungen einsetzen wollen und welche vorbereitenden Aufgaben Sie dafür an die Studierenden übertragen können. Die von den Studierenden erstellten Aufgaben können Sie mit digitalen Medien sichern und für die Fortsetzung des Spiels in einer der nächsten Vorlesungen verwenden. Bei Interesse fordern Sie einfach den ausführlichen Leitfaden an. Auf diesen Wegen können Sie auch Termine für Workshops zum Thema Hörsaalspiele mit mir vereinbaren. Ich wünsche Ihnen und Ihren Studierenden viel Spaß mit Spielen in der Vorlesung.